Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Es war heute ein Tag, der sehr kalt gestartet ist. Zum Teil lag auch ordentlich Schnee. Denn in der vergangenen Nacht hat es zum Beispiel am Alpenrand oder auch im Schwarzwald ordentlich geschneit. So eine schöne Winterlandschaft sah man heute bei Unterkirnach im Schwarzwald. Überall alles leicht weiß verschneit. Und zum Teil gab es sogar über 20 cm Neuschnee. So heute beispielsweise in Puttbus auf Rügen 4 cm. Sankt Engelma, da sind 7 cm gefallen und in Garmisch sogar 22 cm. Und es war verbreitet ganz schön kalt heute Morgen. Leutkirch, Herrlertshofen im Allgäu minus 6,6 Grad. Karl Sistik in der Eifel minus 5,9 und Zinnwald, Georgenfeld minus 5,5 Grad Lufttemperatur. Im Laufe des Tages ist es dann schon noch in den zweistelligen Bereich gegangen. Aber es ist halt doch noch mal deutlich kältere Luft eingeflossen. Und vor allem da, wo Schnee liegt und es aufklarte, war es besonders frisch heute Morgen. Sie sehen auf dem Satellitenfilm, dass es heute dann über der Mitte so ein lang gestrecktes Wolkenband gab. Nordöstlich, südwestlich, davon lange sonnig. Jetzt allerdings steht schon wieder ein neues Wolkenband vor der Tür. Und das bringt dann in der Nacht etwas Regen. Das wird aber rasch über uns hinwegziehen. Sonne war also heute eine ganze Menge dabei, zumindest in den meisten Regionen. Putbus 11,9 oder 11 Stunden und 9 Minuten. So rum Klippeneck 11 Stunden und 12 Minuten. In Karlsfeld nur 2 Stunden und 53 Minuten. Da lag man halt lange Zeit unter dem Wolkenband, das sich dann so ein bisschen nach Osten verschoben hat. Es geht in den nächsten Tagen ziemlich wechselhaft weiter. Das heißt, es wird häufiger mal nass werden. Aber die Temperaturen steigen jetzt erst mal an. Denn erst kommt jetzt diese Mischfront in der Nacht. Morgen Vormittag zieht dann diese Warmfront herein. Und mit der Warmfront kommt auch deutlich wärmere Luft zu uns. 17 bis 19 Grad zum Beispiel. Im Südwesten werden es 19 Grad sein. Dann bekommen wir allerdings auch nur für zwei Tage. Denn auf der Rückseite des Tiefs, Luftmassen drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, kommt dann auch wieder kalte Luft. Hier sehen Sie erst mal die warme Luft, dann wieder die kalte Luft. Es färbt sich wieder so leicht grünlich. Und die Pfeile werden auch immer schneller. Freitag vor allen Dingen kann es ganz schön stürmisch werden. Und zwar von der Südpfalz über das nördliche Baden-Württemberg des Saarland bis hinunter an den Alpenrand. Jetzt in der Nacht, wie gesagt, erst einmal ist es locker bewölkt. Dementsprechend dann auch sehr kalt über den Schneeflächen. Von Westen her kommen neue Wolken und bringen etwas Regen. Dann lockert es bereits wieder vom Rhein her auf. Die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei 0 bis 7 Grad plus, minus 6 Grad im Bayerischen Wald. Und insgesamt über schneebedeckten Flächen, wo die schützende Wolkendecke fehlt, wird es nochmal recht frostig. Sonst morgen früh schon wieder höhere Temperaturen als heute Morgen. Morgen Vormittag geht es dann los mit diesem Wolkenband, das in der Nacht hereinzieht. Das wird sich weiter nach Osten verlagern. In den Hochlagen können auch noch ein paar Flocken dabei sein. Längere Zeit noch etwas Sonnenschein gibt es zum Beispiel in der Uckermark. Und von Westen her lockert es dann bereits am Vormittag auch wieder auf. Im Laufe des Nachmittags aber zieht die Warmfront herein. Und das bedeutet dann erneut dichte Wolken. Wir haben eine Vierteilung beim Wetter. Vor der Front oder wo die Reste der Front dann hängen, dichte Wolken mit leichtem Regen. Dahinter lockert es etwas auf, dann kommt die Warmfront. Hinter der Warmfront, die auch ziemlich schnell zieht, gibt es von Westen und Südwesten her bereits wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag verbreitet auf Werte zwischen 10 und 19 Grad. So 7 bis 9 Grad Richtung Schleswig-Holstein und Vorpommern. Der Wind dazu ist morgen meist nur schwach bis mäßig unterwegs. Er kommt aus südwestlichen Richtungen in die Mittelmeistwindstärke 3 bis 4. und häufiger nass geht es die nächsten Tage weiter. Am Donnerstag immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter sind dabei, Temperaturen 14 bis 18 Grad. Am Freitag am ehesten Richtung Nordsee, Schleswig-Holstein, Niedersachsen etwas Sonne, sonst dichte Wolken. Es regnet kräftig und im Südwesten kann es auch stürmische Böen auf den Bergen Sturmböen geben. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.